Hi Leute, was geht ab? KryptoMarco hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen und ich hoffe ihr habt eine richtig tolle Zeit. Ich hoffe ihr müsst heute nicht arbeiten. Heute ist ja Mittwoch und wie die meisten denke ich Feiertag und Kryptowährungen schlafen nie. Das halt mal wieder heute. Ein Video über eine Kryptowährung, die in letzter Zeit urplötzlich wie aus dem Nichts nach oben geschossen ist. Ich habe ja verschiedene Quellen, wo ich mir meine Informationen herhole und bei Verge, der auch oft angefragt wurde, konnte ich in den News nichts finden. Warum Verge jetzt? Also hat irgendwie China gesagt, ja Verge wird unser Coin und so geil. Weil Verge ist wirklich im 90 Grad Winkel eigentlich nach oben geschossen, wenn man das Allzeit Chart einblendet. Also wirklich komplett nach oben. Und warum das so schnell nach oben geschossen ist, wie du mit sowas umgehen solltest, erkläre ich jetzt in diesem Video. Aber vorher meine Bitte, wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da. Kannst du gerne kommentieren mit einer Litecoin-Adresse, wenn dir das Video gefällt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Verge löblich, 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 dass es Verge auf Deutsch gibt. Hier kann man es auf Deutsch stellen. Habe ich jetzt schon auf Deutsch gestellt, deshalb geht es nicht. Aber Verge ist im Prinzip eine Kryptowährung, die sich Privatsphäre und Unzurückverfolgbarkeit auf die Fahne geschrieben hat. Man kann ja bei vielen Kryptowährungen mit einem Blockchain Explorer sehen, welche Adresse an welche Adresse wie viel Wert zugesandt hat. Das geht bei Verge nicht. Eine dezentrale Währung entwickelt für Anwendern, denen die Privatsphäre wichtig ist. Durch den Einsatz von Netzwerken wie Tor und I2P, bei denen die Anonymität das zentrale Thema darstellt, verbessert Verge die originale Bitcoin-Blockchain-Technologie. Es ermöglicht Multi-Algorithmen-Mining, verbessert damit die Sicherung und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Coins unter den Minern. Verbessert Verge die originale Blockchain-Technologie. Also da lehnen sie sich schon weit aus dem Fenster. Aber gut, technisch kann man ja natürlich bei der Blockchain viel verbessern. Verge ist auch auf sehr vielen Exchanges zu haben. Und hier die Geschäfte, bei denen man Verge einsetzen kann, die sind ja, kennt man ja. Also größer ist Amazon, das alles. Okay, kleiner Witz, das war nicht lustig. Aber Verge ist auch technisch sehr breit aufgestellt. Raspberry Pi habe ich noch nie gesehen, dass das unterstützt wird. Tor-Browser und da hört auch schon mein Verständnis auf. Android, iOS, Apple, Windows, Linux, Archilux, Fedora habe ich noch nie gehört, alles. Also, und Verge hat sogar eine, wie ich gesehen habe, eine Integration für Discord. Sehr beeindruckend. Ansonsten hat ja Verge ein ähnliches Mission-Statement wie Monero. Und Monero und Verge sind noch von der Zeitspanne her gar nicht so weit voneinander entfernt. Monero ist seit Mai 2014 da, Verge seit Oktober 2014. Nur, es ist wirklich interessant, wie Monero sich über die Zeit langsam entwickelt hat und dann einen schnellen Wachstumsschub bekommen hat. So ziemlich seit Anfang November. Und Verge ist eigentlich echt komplett nach oben geschossen im 90-Grad-Winkel. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so? Vorher vielleicht noch ein paar kleine Details zu Verge. Also Verge besteht aus einem anonymen Kryptografen-Team und Entwicklern, die jahrelange Erfahrung haben. Mit der Zeit waren es über 200, beziehungsweise sind 200. 100 Transaktionen pro Sekunde. Also es ist natürlich immer wichtig, sich auch die technischen Details von einem Coin anzuschauen. Und das die ASK-Technologie-Update, die in der Zukunft kommen soll, verspricht 2000 Transaktionen pro Sekunde. Was ein neuer Spitzenwert in der Kryptowährungs-Sektion wäre. Aktuell ist ja Ripple mit 1500 Transaktionen pro Sekunde potenziell auf Platz 1. Und mit 0,1 Verge an Fees, was circa 1,88 Cent entspricht. Derzeit ist es ja extrem günstig, Verge zu verschicken. Also wirklich so, wie eine private Kryptowährung sein sollte. Proof of Work, also kann man mit seiner, also kann man nicht, also nicht Proof of Stakes, sondern Proof of Work. Man kann mit seiner Rechenpower Verge minen. Und Konkurrenz sind so Dinge wie Zcash, Dash und Monero. Die meisten Verge, also die meisten XVG werden auf Binance und Bittrex gekauft. Und einer der größten Supporter von Verge ist der gute John McAfee. Und er hat eine interessante Gelddruckmaschine für sich entdeckt. Twitter, wenn ich mich nicht täusche, dann hatte der gute John noch vor einem Monat oder vor zwei Monaten 180.000 Follower auf Twitter. Mittlerweile eine halbe Million. Also unfassbar, wie schnell sein Social Media Following gewachsen ist. Und hier in einem Tweet erwähnte er auch, würdet ihr eure Köpfe einsetzen, würdet ihr herausfinden, dass Privacy Coins mit anonymen Transaktionen die beste Zukunft haben. Und Coins wie Monero, Verge und Zcash. Das hat er am 13. Dezember getwittert. Und am 14. Dezember hat er nochmal Verge erwähnt. Wenn du Investing kennst, dann solltest du wissen, dass es einfacher für einen Coin, der 3 Cent wert ist, auf 3 Dollar hochzuschießen, anstatt einen Coin, der 300 Dollar wert ist, auf 30.000 zu schießen. Und da hat er verdammt recht. Also beides sind eigentlich gute Punkte, die er gesagt hat. Natürlich, Privacy Coins haben meiner Meinung nach auch eine große Zukunft vor sich mit anonymen Traden. Aber bei all den Kryptowertungen, die es da draußen gibt, ist es natürlich schwer zu wissen, welche haben jetzt Privatsphäre und anonyme Transaktionen als Mission Statement. Und Verge, Zcash und Monero sind wahrscheinlich die bekanntesten, die es da draußen gibt. Wobei Verge natürlich seit seinem Tweet enorm an Bekannter zugenommen hat. Und wenn man sieht, also 13. 14. hat er getwittert. Und dann schaut man sich mal das Wachstum an. Vielleicht im Einmonatschart. Hier hat er dann angefangen zu twittern und dann hat er langsam angefangen zu steigen, zu steigen, zu steigen. Kurz abgeschossen und dann Peek bei knapp 27 ist dann wieder nach unten gegangen. Also wenn man sich anschaut, bevor er das getwittert hat, war in Verge 0,009 Cent. Und aktuell bei, und gepiekt hat er dann bei 27, also sagen wir mal, also eine etwa 30-fachung an Wert, nur wegen ein paar Social Media Tweets. Und das hier sind auch ein paar Coins, die von ihm erwähnt wurden. Redcoin, Digibyte, Verge habe ich hier schon offen. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, wie viel Macht eine einzelne Person haben kann. Also man sieht sowas ähnliches vielleicht an der Börse, wenn Warren Buffett eine bestimmte Aktie in den Mund nimmt. Danach steigt das Ganze nach oben. Aber man muss davon nicht vergessen, dass Warren Buffett einer der reichsten Menschen der Welt ist und sich über Jahrzehnte diesen Ruf verarbeitet hat. Natürlich ist auch John McAfee seit einer Weile dabei. Aber es ist wirklich unfassbar zu sehen, welche Macht er hat. Und es gibt sogar Leute, die sich darauf spezialisiert haben und eigentlich John McAfee auf Twitter folgen und dann alles kaufen, was er postet, ist im Prinzip eine Taktik, die ich so noch nie gesehen habe. Ich persönlich mache das nicht. Einfach aus dem Grund, weil solche Coins, die schnell gepumpt werden, nicht aufgrund von Technologie oder echten Werten nach oben schießen, sondern einfach nur, weil mehr Leute davon erfahren, mehr Leute Erwartungen an den Coin haben, dass er nach oben schießt. Und das Ganze nicht wirklich von Technik gebackt ist, sondern einfach nur komplett auf Emotionen basiert. Und das Ganze so schnell, wie es nach oben gegangen ist, wieder sich nach unten korrigiert. Wobei ich bei Verge sagen muss, der ist schon wirklich extrem stark angestiegen und korrigiert sich aber jetzt nach unten. Genauso eigentlich wie die anderen Coins, die der gute John erwähnt hat. Redcoin wurde auch oft angefragt, aber nach so einem extrem schnellen Anstieg kann es einfach nur nach unten gehen. Hier auch interessant, was ich interessant fand, er benutzt sogar Instagram, um Chatverläufe zu posten. Also im Prinzip ist es ja derzeit so, dass viele, die in Kryptowährungen einsteigen, eigentlich mit dem ersten Trade schon Gewinne machen und denken, sie seien Wunderkinder. Mir hat doch schon jemand auf Snapchat geschrieben, hey Marco, ich habe aus 5.000 Dollar 45.000 gemacht in zwei Monaten, soll ich jetzt meine Uni beenden? Also aus 5.000, 45.000 zu machen, ist natürlich eine coole Sache, aber beim aktuellen Kryptowährungsmarkt, muss ich sagen, ist es nicht so besonders. Und hört sich vielleicht komisch an, aber wenn du mit den ersten Trades, die du machst, im Bereich Kryptowährungen schon Gewinne machst, dann ist das ein bisschen eine gefährliche Sache. Und zwar, vielleicht wird es der ein oder andere jetzt haten, was ich sage, aber das geht so stark in die Richtung Trading-Psychologie, denn Trading ist genau wie Anwalt und Arzt auch ein Beruf, den man ausübt. Und ein Arzt, der muss jahrelang studieren, bevor er irgendjemanden operieren darf. Ein Anwalt muss jahrelang Jura studieren, bis er jemanden bei einem Rechtsstreit vertreten kann. Und beim Trading gibt es vor allem in den USA, also ist der Markt so unfassbar ausgereicht, dass man wirklich einer der Besten sein muss, um da noch Gewinne zu machen. Und dann öffnet sich natürlich so ein neuer Markt wie Kryptowährungen, wo die Markteintrittsbarrieren fast nicht existieren und die ganze Zeit frisches Kapital reinkommt. Und Leute investieren komplett, man kann eigentlich wirklich komplett blind investieren und wird trotzdem Gewinne machen, dass man sich dann für den tollsten Trader ever hält. Und dann, wenn es jemals passieren sollte, dass die Blase platzt, dann steht man halt da. Also ich würde meiner Meinung nach, also ich werde auf jeden Fall von Verge die Finger lassen. Ansonsten auch finde ich es extrem spekulativ, sich mit Redcoin und Digibyte und wie sie alle heißen zu beschäftigen. Sollte es der Fall sein, dass sowas wirklich technologisch gebackt wird, also dass irgendwie, was weiß ich, Trump sagt, Hey Leute, Verge wird der offizielle Bitcoin von den USA, dann kann ich es voll verstehen, wenn er durch die Decke geht. Aber nur ein Tweet von einer Person, also das birgt natürlich auch sehr viel Missbrauchspotenzial, dass schlechte Coins von ihm künstlich aufgepumpt werden. Und ich würde einfach nur weg davon bleiben, Leute. Es ist sowieso so, dass Coins, wenn sie schnell, pardon, wenn Coins schnell nach oben geschossen sind, dann ist die Buying Opportunity einfach verschwunden. Beziehungsweise man muss noch lange dauern, man muss lange warten, bis sie wieder auftaucht. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht bei diesen Sachen. Ich bin ja gefragt worden, was ich von Verge halte. Ich werde eventuell auch ein Video über Redcoin machen. Aber das soll es soweit für mich gewesen sein. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Ansonsten kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn du irgendwelche Fragen oder sowas hast. Litecoin-Adresse nicht vergessen. Unter allen Leuten, die kommentieren, verlose ich Litecoin. Viel Erfolg bei jedem Trade, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.